Grüßt euch liebe FCH-Fans, jetzt geht es also endlich wieder los. Das erste Trainingslager startet für unsere Mannschaft genau heute. Wir sind im Hotel Jonathan in Nats in Südtirol und euch wollen wir natürlich nicht vorenthalten, wie die Ankunft unserer Mannschaft lief. In dem Sinne, jetzt genau hingeschaut, die Bilder kommen. Ich glaube, dass es für den Anfang der Vorbereitung keine optimaleren Bedingungen gibt. Wir haben das ganze Hotel für uns alleine, also Ruhe, die Neuzugänge zu integrieren und schon mal den Fokus auf uns selbst zu legen. Dann wird der erste athletische Bereich wahrscheinlich erstmal bearbeitet, aber auch das Teambuilding und die Integration und dafür gibt es keine besseren Bedingungen.